Die Mai-Highlights auf Gute Laune TV. Erleben Sie Udo Jürgens und das Pepe Lienhardt-Orchester in Höchstform. Einfach ich, das Live-Konzert am 1. Mai um 20 Uhr. Er ist Mr. Eurovision Song Contest. In B-Treff Stars Talk News spricht Johnny Logan exklusiv über seine Erfahrungen beim größten Sängerwettstreit der Welt. Am 8. Mai um 23 Uhr. In den Klick-Hits werden Sie zum Programmchef. Wählen Sie unter www.gutelaunetv.de Ihre beliebtesten Sänger. Die Top 20 sehen Sie am 10. Mai um 20 Uhr. Sie macht dich nicht. Und wir wollten doch eine Ewigkeit. Mitten im Paradies. Sie ist die Königin des Deutschen Schlagers und bei Gute Laune TV zu Hause. Erleben Sie Helene Fischer live. So wie ich bin. Das Konzert am Pfingstsonntag um 20 Uhr. Du bist niemals zu alt, um jung zu sein. Nach vielen Schicksalsschlägen ist er zurück und so gut wie nie zuvor. Nino De Angelo präsentiert in B-Treff Stars Talk News sein neues Album Das Leben ist schön. Am 31. Mai um 20 Uhr. Die Mai-Highlights auf Gute Laune TV